Wir fahren jetzt in der Stadt Ludwigstadt ein. Ludwigstadt befindet sich im Landkreis Gronach in Oberfranken und zwar mitten im Frankenwald. Wir fahren auf der Wunderstraße 85 von Gronach kommend und wollen uns diesen Ort näher ansehen. Wir fahren erstmal in Richtung Stadtmitte, da Ludwigstadt ja eine richtige Stadt ist. Wir müssen allerdings hier bei einer Baustellenampel erst einmal warten. Und danach, wie gesagt, fahren wir in die Ort. Und dann, wie gesagt, fahren wir in Richtung Stadtmitte. Und dann, wie gesagt, fahren wir in Richtung Stadtmitte. Das hier ist wirklich der letzte Zipfel von Oberfranken. Von Bayreuth kommend fährt man über 80 Kilometer, um in diesen Ort hier zu kommen. Und von anderen Städten ist es ähnlich. Weit entfernt. Und hier scheinen wir schon ziemlich in der Ortsmitte angelangt zu sein. Einiges los hier. Sollte man nicht für möglich halten. Gut, wir versuchen jetzt mal, wie gesagt, hier zu parken. Das ist die Bahnhofstraße und da halten wir erstmal an. Machen einen Spaziergang mit unserer Kamera zu Fuß. Und schauen uns danach den Ort nochmal mit dem Auto an. Bis gleich. Wir setzen unsere Ortserkundung von Ludwigstadt im Landkreis Kronach fort. Wir haben jetzt einen etwa eineinhalbstündigen Spaziergang gemacht durch den Ort. Haben uns die interessanten Gebäude oder Plätze angeschaut und sie gefilmt. Und machen jetzt noch eine kurze Ortserkundung mit dem Auto. Wir fahren jetzt die Bahnhofstraße entlang und vor uns ist der Bahnhof von Ludwigstadt. Links. Hier werden wir natürlich wenden. Ludwigstadt liegt mitten im Frankenwald. Ist aber schon an der Grenze zu Thüringen gelegen. Von hier hat man einen schönen Blick von oben auf Teile des Ortes. Man sieht, die Stadt ist umgeben von Hügeln, die bewaldet sind zum größten Teil. Und jetzt fahren wir wieder in Richtung Ortsmitte. Ludwigstadt gehört noch zu Oberfranken. Allerdings, wenn man durch die Straßen läuft, hört man ziemlich wenig den fränkischen Dialekt. Man hört viel mehr, ja ich kann es nicht so genau beurteilen. Ich sage jetzt mal so Thüringisch. Hört sich für mich an wie Sächsisch. Ich kann das nicht so gut unterscheiden. Allerdings hört sich das auf keinen Fall mehr fränkisch an, so wie ich das gewohnt bin. Die Frage lautet, ob die Bewohner dieses Ortes bereits diesen thüringischen Dialekt sprechen, oder ob das alles Leute sind, die sich hier angesiedelt haben von irgendwo anders. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße, auf der B85 und fahren weiter in Richtung Landesgrenze Thüringen, Richtung Norden, damit wir uns auch noch diesen Teil des Ortes anschauen. Hier gibt es einen netten Supermarkt, da werden wir mal kurz hinfahren. Man kann auch feststellen, dass ein Großteil der Leute, die hier rumläuft, nicht mehr so jung sind. Also scheint es eher ältere Menschen zu geben, die hier noch leben. Ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann. So, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf der Bundesstraße 85 und fahren in den Ort hinein. Von Norden kommend. Schhh. So, jetzt sind wir wieder auf der B85 und fahren. So, jetzt fahren wir wieder auf der B85. So, jetzt fahren wir weiter. So, jetzt fahren wir wieder auf der B85. So, dann schauen wir mal an. Links eine Marienkapelle, dieser runde Bau. So, sehr schön sind auch diese beiden Gebäude links hier, vor allem das grüne. Und rechts geht es zum Marktplatz, ein kleiner, aber feiner, nein, Entschuldigung, es ist die nächste Abzweigung, ein kleiner, aber feiner Marktplatz hier in Ludwigstadt, den schauen wir uns jetzt auch mal an. Es geht bereits links direkt zum Marktplatz, aber wir fahren zunächst mal diese Straße hier entlang, damit wir uns diese interessante Eisenbahnbrücke vor uns auch noch mal ansehen können. So, dann fahren wir noch ein Stück geradeaus, einem kleinen Bach entlang, der links von uns ist. Links eine Gaststätte, natürlich eine, die es nicht mehr gibt. Der Bach fließt auf der Mittenstraße im Graben. Fahren wir hier noch ein paar Meter weiter. Hier ist ein Ski-Lift ausgeschildert. Manchmal denkt man sogar, man befindet sich hier in den Alpen, in irgendeinem Ort. Ah, da geht es immer noch weiter, nehmen wir die paar Häuser hier auch noch mit. Noch ein Gasthof am Drogenbach. Zieht sich ganz schön, diese Straße hier. Aber wenn wir schon hier sind, dann filmen wir das natürlich auch. Hier scheint aber nun das Ende erreicht zu sein. Da ist der Ort zu Ende. Und es geht wieder zurück. Natürlich bin ich vorhin nicht bis hierher zu Fuß gelaufen. Das wäre ein bisschen weit gewesen. Ich habe auch nicht gedacht, dass der Ort sich so weit in diese Richtung hier hinzieht. Jetzt fahren wir wieder in Richtung Marktplatz, den wir uns unbedingt natürlich noch ansehen. Rechts geht es wieder zum Ski-Lift. Wir fahren geradeaus weiter in die Rosengasse. Vor uns ist die Eisenbahnbrücke zu bestaunen. Wir fahren jetzt an sehen. Also, ich bin Podunk d billions up. Wir fahren alle von dort sein und bitten, weil wir etwas abуем. oder oder von der Autor soul ausgesteuert. Auch da foot aus sanduelsido. Wir fahren in Stadtratzen. Jetzt sind wir unmittelbar unter der Eisenbahnbrücke und sollten jetzt gleich auf den Marktplatz kommen. Der ist direkt vor uns. Hier ist er, das ist der Marktplatz von Ludwigstadt. Vor uns ist das neue Rathaus. In dieser Straße waren wir bereits. Und versuchen hier, jetzt darf man nicht rein, ist mir auch ein bisschen zu eng. Das heißt, ich muss trotzdem wieder geradeaus fahren. Und wir biegen jetzt wieder in Richtung Marktplatz ab. Vielleicht fahren wir mal durch diese Straße hier durch. Das ist die Marktgasse. Auch eng, aber man schafft es. Vor uns wieder der Marktplatz. Vor uns das alte Rathaus. Da ist jetzt irgendeine Rechtsanwaltskanzlei drin. Jetzt können wir uns aussuchen, in welche Seitengasse wir hineinfahren. Vor uns auch die Kirche. In der war ich drin. Nehmen wir mal die Mühlgasse. Leider kommt uns ein Fahrzeug entgegen. Aber jetzt ist der Weg frei durch die Mühlgasse in Ludwigstadt. Vor uns die Hauptstraße, die B85. Wir biegen nochmal nach links ab. So, da fahren wir jetzt im dritten Mal rein. Wenn wir geradeaus fahren, aber ich biege jetzt hier gleich mal ab und habe wieder den Marktplatz vor mir. Mit der Kirche. Links das alte Rathaus. Da ist die Mühlgasse, durch die wir durch sind. Und wir fahren mal nach rechts. Wir haben wieder diese Eisenbahnbrücke vor uns. Wir werden nochmal kurz hier auf dem Parkplatz anhalt. damit wir noch etwas filmen. Vor uns ist nochmal die Rosengasse. Und da fahren wir noch einmal durch, weil die wirklich etwas Besonderes war. Wir fahren jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Rechts von uns eine Gaststätte, die es leider nicht mehr gibt. Die Gaststätte Torpeter. Sieht sehr schön aus von außen. Sehr idyllisch. Hier wenden wir. Hier wenden wir. Hier wenden wir. Hier wenden wir. Hier. 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 Kommt dann wieder auf die Bundesstraße. Noch mal ein Blick von oben auf den Ort. Vor uns befindet sich die Bundesstraße wieder und wir fahren jetzt in Richtung Kronach. Man könnte sich links noch einmal diese eine Straße hier ansehen. Ob man hier vielleicht etwas verpasst. Ich weiß nicht, wie es hier weiter geht. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, hier wenden wir. Da fahren wir noch ein bisschen weiter. Da vorne vielleicht wenden. Seniorenheim, Werkgasse. Hier wenden wir. Und fahren jetzt wieder Richtung B85 und dann in Richtung Kronach. Ja. 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 Alles in allem kann man sagen, Ludwigstadt ist ein sehr netter, gemütlicher Ort. Ich kann jedem nur empfehlen, hier mal herzukommen, hier ein bisschen rumzulaufen. Es ist sehr gemütlich. Der Marktplatz hat was Interessantes. Ich bin sicher, man kann hier in der Umgebung auch schön wandern, im Frankenwald. Es wird sicherlich Möglichkeiten geben, irgendwo einzukehren. Dazu hatte ich leider jetzt keine Zeit, mich in eine Gaststätte zu setzen. Aber wenn man irgendwo in Oberfranken wohnt, dann kann man sicherlich auch mal nach Ludwigstadt kommen und sich diese kleine Stadt mal näher ansehen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Wie gesagt, sie hat mich zum Teil ein bisschen an die Alpen sogar erinnert. Also an eine Stadt in den Alpen. durch diese Hügel hier um die Stadt herum. Und ja, das war's erstmal aus Ludwigstadt. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.